Schäfe Schäfe Schafe Scheren oder irgendwie so ja Schäfe Schäfe Schäfern mit Schäferhunden was weiß ich nicht Überforderung oh Gott das Fell es wächst schneller nach als ich es abschärfen kann von welchem Fell redest du? von den Schafen Wolle ist auch Fell oder? so ein Wollfell oder? haben wir irgendein Professor hier? das ist ein Fleece das ist ein Fleece eine flauschige Struktur Fabi, kurz raus bin draußen Aktusse What the fuck is so nichtbare Spinne? natürlich Wolle willst du nicht wissen, das ist ein unsichtbarer Nein, das ist eine unsichtbare Spinne Biggit's Kenzo, was ist der Kenzo startet? was ist denn jetzt hin? blöd Profi endlich habt ihr es eingesehen wir kennen uns nicht zu machen, Fabi oder Arne hat es noch spät auf papier? ne, die habe ich in die Kiste getan ok Mensch bis zu essen habt ihr unsichtbare Viecher hier bei uns, ihr Wixer? ihr Wixer? alle drei gerade hier warum sind die unsichtbarer Getiere? ja, weil sie sich nicht leiden können wie will man sich wie will man sich kennst du sie noch nicht? die habe ich heute ins Leben gesucht alles da habe ich sie angeschlossen hab die eigentlich ne Hexe gefunden gehabt? was? habt ihr ne Hexe gefunden gehabt, damals? ebenso Leute, vorsichtig beim rauskommen, da steht ein Creeper am Eingang ich hab ihn grad mit Schnäbeln ab ihr wollt doch sagen ihr habt doch hundert Projekte Alter, ihr Wixer es ist offen, das weißt du, ja? ich möcht nicht schon wieder unsichtbare Viecher, ihr seid zu meinem Partner ja, ich mach ihn grad mit Schnäbeln ab und anderes kann ich euch nicht anbieten das ist mein schlechtes Angebot den Eingang nicht so doof aufmachen ich werde mal zu euch kommen mal sehen, was da so abgeht am Party kommt, Alter, jetzt kommt ja auch noch zu mir, verpiss dich ich stehe aus dem Baugerüst ey ja, ab und wie gesagt, ab und um Baugerüst wir können damit auch mal anfangen wenn du was am Baugerüst wegsprengst, dann bin ich sauer du hast jetzt oft Baugerüst gesagt, ich bin verwirrt ja hab ihn ungebrochen, das war mein Ziel ok, gut, dann und ich helfe vom Baugerüst fehlt ja, gut, dass ich ja höre, wenn was explodiert was ist das? was ist das? erst mal unter Wasser wollte ich es ist nicht wirklich leise warum ist hier mitten warum ist hier echt so ein ach ja was, ich hab man hat sich grad nicht so gut verstanden, weil du geleckt hast wer ich? nein, nicht du, Marne ach so das ist hier ein Eisblock wie irgendwo braune Pilze das war mal ein Brunnen ja, ich hab braune Pilze das war mal ein Brunnen, jetzt ist so ein Eisklos meiner Hand ach Gott, ach Gott, ach Gott komm mal hoch, dann geb ich sie dir ne, am Fuß hab ich die, wollte ich sagen gib's dir auch ja, die liegen hier direkt vor mir ok, danke so ich bin schon mal in der Wüste in der Wüste Bukini Bukini ah, ich weiß was ich haben wollte ne Schaufel hast du ne Schaufel, Arne? die du mir geben kannst? ich hab ne Schaufel, die kann ich dir geben ne Eisenschaufel bist du auf dem Weg? ja ähm, soo 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 schaufel drücken das ist ja wurscht das wird zu drücken was drückst du denn alter? drücken ganz, ganz doll unter mir trocken der Schnee, Max gucke ganz, ganz doll so Fabian, ich bin ähm gleich da ich muss euch schon fast sehen können ja ja ich muss euch schon fast riechen können ja ich rieche ich euch bereits hier nicht hau alter ohne spaß leute chillen leute chillen alter falter mit euch los, ey. Schau mal vor, ich werde nicht mit vollem Leben mehr, dann werde ich jetzt down, Jungs. Schau mal, Fabi, wird verpennt. Fabi, wird verpennt. Danke, ich habe mir inzwischen schon eine gemacht, aber brauchst du irgendwas? Witzst du eine Kartoffel, also eine fertige? Nö, 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 du hast ja die Schaufel. Du bist so witzig, ja, danke. Ja, die braucht noch so ungefähr zwei Schläge, würde ich mal sagen. Warte mal, die zwei Schläge benutze ich jetzt an dir. Komm mal, ich benutze sie an mir, ich glaube nicht. Komm her, los, Nichols. Ich glaube nicht. Komm her, los. Schaufel gegen Kartoffel, sagst du? Ist klar, schaufel gegen Kartoffel. Ja, komm, ich hau, ich hau dich, ich hau dich. Ich mach's auch, ja, tut mir leid. Ich nehme ein Knochen. Max, der wisch, da. Okay, nee, jetzt, ich will nicht, ich will nicht, ich hab schon wieder 10 Level, ich will dich nicht verlieren. Low-Level, Low-Herzen, ne? Aua. Lest die Leute mit deinem Knochen, ja, das finde ich unverstanden. Was ist gegen, Max, was ist gegen, lol. Ja, komm, ich esse die, Geper. Los, iss die als Strafe, du hast dich geschlagen. Ich kann sie nicht essen. Äh, essen. Ich kann sie nicht essen. Essen? Ich kann sie nicht essen, ich hab Hunger. Ich muss laufen, Moment. Aua. Muss weiterlaufen, muss weiterlaufen, muss weiterlaufen. Das ist ein Gewehr, ey. Max, ich find ja so schade, dass du den Skin nicht mehr hast, du weißt welchen. Muss laufen, 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 brauche Hunger, füll Kartoffeln. Welchen? Das, das, das schubt da wuppt Gesicht. War das für ein Gesicht? Wann hattest du das denn? Das war einfach mal das Beste. Max ist dann im Messer immer so rumgerannt. Aaaaaaah. Ja, ich kann immer noch nicht essen. Okay, okay, erstmal eine Runde. Wirklich. Drücken. Jeden, lass uns drücken. Oh, oh, oh. Obwohl, nee, warte mal. Arne, Max, 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 guck mich mal an. Guck mich mal an. Genau, so, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. T-Baggen, 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 T-Baggen. Oh, oh. Lol. Möchten die die Einrast-Funktion aktivieren von Windows? Nein, Leute, nicht. Hahaha. Hahaha. das ist natürlich, ja das war jetzt zu viel für Windows oh gut Max, komm her, ich kann essen warte, 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 warte wo bist du, wo bist du, ich kann essen ok, ok, es ist, es ist, es ist oh, mein Herz alter, sterb ich davon? ne, kann ich ja nicht ok, 2,5 Herzen mehr macht sie nicht das war sie kann ich hier stripminen ja, klar aber alles, was du findest, bleibt hier bei uns na, vielleicht ein, zwei Diamanten stimmt, das sind unsere Bodenschätze eigentlich da hast du hier gar nichts oh, scheiße ich bräuchte allerdings Material tatsächlich das ist ja scheiße jetzt wirklich, Max, wirklich, du musst wieder durch den Nether rennen du brauchst jetzt aber nichts von uns hier ja na, ich bau mich hier im Baum ab auf die Idee würde er doch niemals kommen ja, bis ihm dann mal einfällt, dass er ja Eisen braucht, um die ganzen tollen Sachen abzubauen das heißt, Bäume bringen dir grad nicht viel hat irgendwer eventuell Eisner für eine Eisenspitzhacke? wir haben kein Herz für Nickels, sorry ich hab grad eure giftige Karte vor allem, ich bau, ich bau'n Amboss und ihr gebt ihm nicht mal drei Eisen nö geil das ist frech ups ha 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 so, so so und dann noch so und so wo ist mein Zucker hin? wo ist mein Zucker hin, Mama? ja, da fällt doch Zucker den hattest du in der Hand, den hab ich dir gegeben, ja ich hatte immer noch Zucker, wo ist mein Zucker ja, ich hab halt auch meine Spinnenaugen verloren wo sind die denn hin? die sind in der Kiste, hab ich dir doch gesagt oder hast du die dir schon rausgenommen? ich hatte mir die zwischendurch rausgenommen ah, du bist ja Spinnenaugen clever bist du, clever ich hatte doch Zombiefleisch schon am Gebot 31 Stück ich ess die immer hier, komm her kannst Zombiefleisch haben ja, gib her, ich ess die, ohne Spaß die geben mir auch Leben wieder im Endeffekt, solange die die, die geben mir zwar Hunger weg aber im Endeffekt hast du mehr als du hattest ne, hä? Hunger verlierst du nicht, du verlierst nur Leben nein, du verlierst Hunger durch die Zombiebrains du verlierst kein Leben nein, du verlierst du nein, man verliert, man verliert Hunger aber wo verdammt nochmal ist mein Zucker und meine Spinnen auskült? man verliert Hunger wisst ihr eigentlich, was der da grad labert? also, man, man wird satt, man wird satt sozusagen ach, naja lebt mich doch aller Marsch ja, klar natürlich, aber man verliert ja Leben äh? ich zweifle jetzt gerade richtig an mir warte mal, Spinnenaugen ich hatte irgendwo Spinnenaugen nein, oooh nicht, nein, oder? ich hab ich hab und dann hab ich vergessen rauszunehmen Max, wofür brauchst du denn Spinnenaugen? ich brauch mir gleich Tränke, Heidränke und so ne Scheiße ja, nee, du machst ein fermentiertes Spinnenauge und daraus machst du Unsichtbarkeitstränke, du Wichser was meinst du Nicke? nein, ich wollte dir jetzt grad ich wollte dir jetzt grad zwei geben hab mir gedacht, naja, weißt du, aber irgendwas will der damit eigentlich so hast du doch erstmal nachgedacht, ja, ausnahmsweise Max, kennst du schon die Disco-Kokosnuss? Disco-Kokos ey, das ist so geil bei Zombieland mit den Twinkies, das ist so geil komm mal hier Kokos, ich mag keinen Kokos was ist denn Kokos, so schlimm sind eigentlich klinkt die bei dir jetzt auch? b b b b b b b b b du denn eigentlich Disco-Kokosnuss? na komm her, dann kannst du auch ne Disco-Kokosnuss haben naja, warte mal, ich kipp hier ah, verdammt Disco-Nuss dinga dinga ach, ist ja nicht ne Kakaobohne also ne Disco-Nuss will ich jetzt nicht sehen, was du irgendwie ja Disco-Nusschen du willst doch nein, nein, Fabian, dich mal willst du dir nicht meine Disco-Kokosnuss angucken ne, das ist geschlossen diesmal ausnahmsweise nicht, ne wo ist der Nickel denn eigentlich hin? weißt du nicht bei uns oder wo bei uns oder wo Nickels? ja, sie hat sich ein Spinn-Auge geklaut der wollte ja nämlich nicht, dass du Tränke brauchst ne, ich hab zwei Stück hier, die hab ich aber schon mit mir gefarmt einmal von der unsichtbaren Spinn und einmal von der unsichtbaren Spinn ja, der sich gefarmt, genau aber man scheiße, mein Strip-Mein Strip-Mein-Hinggang geht halt einfach mal original in eurem Bude rein das ist uncool äh, Spinnfarm oder Fabian oder irgendjemand noch? ähm ja, warte mal, ich wollte hier nur noch das Dach fertig machen und dann kann ich gerne alles mögliche machen oder generell aber Max, du hast doch so'n geilen Name-Tag, Alter gib mir den doch einmal, dann kriegst du auch zwei Spinn-Augen was ist? ja genau, zwei Spinn-Augen Max, so bist du lang ich sag's ja nur in die andere Richtung, Arne in die andere Richtung dann halt nicht, es war nur ein Angebot so nimmt er sich die Name-Tags so, ich sag's ja zur Wüste hin, Arne der Verbrecher jo, ich hab mir grad nen Bogen von nem Skelett geklaut nice Verbrecher vor allen Dingen der Verbrecher ja, ja, der Verbrecher VADAL 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 Creeper 3 Creeper beobachten? ne, nicht beobachten begutachten sag mal Max, ist dir nicht mal aufgefallen seit man DayZ spielt, weiß man wie diese scheiß Ghillie Suits heißen wie? ne, wusstest du vorher, dass ein Ghillie Suit Ghillie Suit hieß? nein eben so ein Tarnanzug, ja, was ist ein Tarnanzug? ein Ghillie Suit, alles klar Spinne uuuu uuuu creeper andere Richtung uuuu lol, ihr habt nen Minenschacht unter euch, echt jetzt? ja ich kann hier nirgends wo an die Schippen ein ich stoße immer auf irgendwas anderes vor allem ist das auch geil, dass du das wirklich immer dann machen willst, wenn du aufnimmst ja, naja, mein Gott aber wir sind über erschienen das ist eigentlich ein Herz für ja, bau die ab, dann soll die, äh, Bahnlinie A4 ne, das ist ja auch ne Autobahn die Autobahn A1, Alter Alter, ich bin kein 4 Creeper, Arne seid ihr oben, oder wo seid ihr? oh mein Gott, oh mein Gott mach das weg, mach das weg, mach das weg boah ich brauchst nen Holzkopf, ich bin so dumm äh, Max, wo seid ihr denn überhaupt hin? bei der Wüste da na gut, ich komm hier grad relativ schlecht raus da ist noch ne Spinner mach das weg, mach das weg Eisen, sehr schön Sklepp vor allem genügend Eisen warte, jetzt zieh ich an, ich geh jetzt zu ihm hin das, das Sklepp macht euch an, echt jetzt? hammergeil so den Nickels auch gefallen, ne? das verhinderte Sklepp rennt halt die ganze Zeit gegen den Kaktusgegen freu dich doch au 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 oh lol man hört nur au 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 nicht so fest was hat Arne vorher noch gesagt? wuuu Creeper von Arne kam wuuu wuuu waa was ist denn da gegen den Kaktusgegen gelaufen? ein, ein fast kaputter Powerplus1 oh lol, warte mal, mein Telefon wie ist es jetzt? sms bekommen? wir haben da zaubert, der Bogen links der reparieren Arne, ne? eine sms bekommen halt, das ist ne Spinner es pfff 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 ja wenn ich zuerst kann ich dir nicht helfen Dankeschön, das konnte ich nicht verstehen Ich hab den auch erst gesehen als er explodiert hat mir SMS geschrieben Einer deiner besten Freunde Einer deiner besten Freunde zu sein ist scheiße ich bin wie ein Schatten immer hinter dir und krieg alle Fürze ab ja solche Freunde hab ich wie du antfurzt du was machst du mit deinen Freunden ja wenn sie wie mein Schatten sind kann ich ja nichts für das ist dein Leben sehr wohl auf eigene Gefahr das ist dein Leben sehr wohl auf jeden Fall ja